Jo, willkommen jetzt zum neuen Video. Und zwar möchte ich in diesem Video den Voice für den neuen Joden-Mod machen. Und zwar, wie viele Leute es nicht wissen, ich bin ja bei Joden-Mod 2017 auch dabei als Charakter, also mit meinem eigenen Schiff und so weiter. Und dafür muss ich halt meine Stimme machen, also halt irgendwelche Worte auf Englisch sagen, die ich halt möchte, damit das für den Voice da stimmt. Und das möchte ich in diesem Video machen und ihr dürft exklusiv die ersten Voices anhören, auch wenn sie fail geworden sind. Aber gut, dann wünsche euch viel Spaß und wir sprechen uns am Ende wieder. So, das war's jetzt mit dem Video. Tut mir leid, meine englische Aussprache ist echt schrecklich, ich muss auch teilweise selbst lachen, weil ich mich selber nicht ernst nehmen kann. Aber egal, das ist ja nur so, wie du dich überlegst, ob ich es länger drauf lasse oder ob ich es einfach danach lösche, wo es benutzt wurde. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen, sorry, falls das echt so fail war, aber naja. Übrigens seht ihr das Windows Live, ja, das geht nicht weg, außer muss ich immer die Maus bewegen, weil sonst die Aufnahme stoppt. Keine Ahnung warum. Aber egal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. равствуйтеately. tscho. tao Dion, araube. tscho. tabsch.